Hi Hi Ich hatte mit Payday 2 auch bisher den, der einzige Stream mit über 40 zuschauen über mindestens eine Stunde Und das mag ich halt, ist ja natürlich auch natürlich schönes Feedback auch, ob der Chat dann immer tot ist Also wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich immer länger streame, dann muss der Chat aktiv sein Ich will das nicht mehr zum Vorwurf machen, ich schreibe ja auch selten was in Chats rein Und ja, muss ich wieder von vorne anfangen Und mit Payday 2 habe ich halt den Eindruck, kann ich die meisten Leute erreichen, da habe ich die größte Resonanz Auch bei YouTube muss ich da ehrlicherweise dazu sagen Deshalb wird es vielleicht nicht so interessant für einige, für die Payday 2 Fans unter euch Freut euch, wir werden aber auf jeden Fall mit Red Alert 3 anfangen am 6.02. um 16 Uhr Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann sehen Wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag und ja, bis dahin, ciao Aha, ein Schleifstein 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 Vielen Dank.